hallo und herzlich willkommen bei iris und oves wo wo welt ja wir sind immer noch bei uns zu hause wir sind immer noch bei uns im garten diesmal nicht in der hofeinfahrt aber wie ihr seht lässt meine frisur zu wünschen übrig und damit ihr auch ein bisschen spaß habt in der ganze sache die jetzt kommt und zwar die iris wird mir die haare schneiden die iris ist keine frisursin und ich habe das auch noch nie gemacht es wird ein versuch aber das gute ist uwe ist noch im home office von daher wenig versagen ist nicht ganz so schlimm ja und damit wir die bestmöglichste voraussetzungen dafür haben waren natürlich unterwegs im online shop und haben uns hier so ein professionelles set gekauft wichtig war mir dass man hier ganz lange haarschneider hat die bis 35 und 40 millimeter geht so kann man von lang nach kurz ich das mal übe also viel spaß viel spaß also wir haben uns jetzt mal entschieden dahinter anzufangen und zwar zuerst mit 25 und dann immer kurz zu warten jetzt ist die frage ob das vielleicht zu weit oben ist weiß ab hier so toll ich noch ein handtuch und habe jetzt hier 25 cm mm jetzt würde ich es noch kürzer machen jetzt geht schon was dahinter also jetzt habe ich zwölf millimetern so du tue jetzt einfach von vorne nach hinten oder und von hinten nach vorne immer gegen strich habe ich gelesen der rest muss halt gel retten noch mal mit dem kurzen rüber da muss ich noch mal mit dem kurzen rüber Jetzt kommt noch Gel rein. Nein, jetzt muss ich mir das erst mal anschauen. Aber es sieht cool aus. Was soll ich andere sagen? Es fehlt noch das Gel. Das Haargel ist der letzte Style. Ich mache sie morgen schon ein bisschen nass. Oder gehe mich kurz abduschen. Und schauen wir es mir mal im Spiegel an. So, fertig mit Geschen. Aber ich fühle mich gut. Fühlt sich gut an. Ja, sieht gut aus. Bisschen gelfer nachher. Das habe ich mit diesem nicht so nahe gekriegt, mit dem elektrischen. Ja, nicht, weil der hat ja 0,8 Millimeter. Ja. Und jetzt kommt der italienische Arsch. So, Mädels. Und was meinst du? Prima. Ja, jetzt ziehst du wieder nach was aus. Also. Ihr ist nicht versagt. Equipment nicht versagt. In der Beschreibung findet ihr, was ihr alles braucht. Das ist einköcherlich. Ja. Und der Handtuch. So ein Einwegrasierer. So was hier. Und? Aber das war fast nicht nötig. Ganz wichtig, Wachs. In den Jahren, so kurz sind, kriegt man das besser. Also für alle die, die jetzt sich mal schnelle Frisur machen müssen. Eine C-Frisur. Ist mit diesem, mit dem Rasierer eigentlich ganz gut gegangen. Ja. Ganz einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein riesen Unterschied zum Friseur ist gar nicht. Also, dann hoffen wir, ihr hattet euren Spaß. Wir haben ihn gehabt. Nächstes Mal schneide ich der Iris die Haare. Nee. Auf gar keinen Fall. Das kriegen wir hin. Dann bis zum nächsten Mal. Eure Iris. Und euer Uwe von. Iris. Und Uwes Womowelt. Tschau. 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 Tschau.